Wie einige von Ihnen, glaube ich, wissen, habe ich vor über zehn Jahren auch mal in Stuttgart gearbeitet, als Partnerin wohlgemerkt, und zwar an der Börse Stuttgart. Das ist zugegebenermaßen schon eine ziemlich lange Zeit her und als ich damals von Stuttgart zur BaFin gewechselt bin, haben wir die Mifid 1 diskutiert und die dann 2004 verabschiedet wurde und 2007 in Kraft getreten ist. Es war damals zugegebenermaßen nicht absehbar und damals hieß es auch nicht Mifid 1, sondern Mifid, dass wir zehn Jahre und eine Finanzmarktkrise später eine Mifid 2 diskutieren, die das durch Mifid 1 etablierte Aufsichtskonzept nochmal erheblich weiterentwickeln wird. Zu meinem heutigen Vortragsthema. Die Mifid 2 wird künftig den gesamten Prozess der Entwicklung eines Finanzinstrumentes bis hin zu dessen Vertrieb umfassend regulieren und einem gesamthaften Aufsichtskonzept unterstellen. Teilweise werden dabei neue Anforderungen definiert, teilweise können wir aber auch zum Glück in Deutschland auf bestehende Strukturen aufsetzen. Ziel der neuen Regelungen ist das, dass alle am Vertrieb von Wertpapieren beteiligten Unternehmen im besten Interesse ihrer Kunden handeln. Das haben wir heute Morgen schon ein paar Mal gehört. Um diese Zielsetzung zu erreichen, sieht in Mifid 2 verschiedene Ansätze vor. Sie stellt entsprechende Anforderungen an die Organisationsstrukturen der Unternehmen. Sie sieht einen Prozess für die Produktherstellung hervor. Sie sieht neue Anforderungen an die Wohlverhaltenspflichten von Unternehmen vor und sie gibt den Aufsichtsbehörden neue Befugnisse. Zu diesen letztgenannten neuen Befugnissen gehört insbesondere das sogenannte Produktinterventionsrecht. Das heißt, die Befugnis der Aufsichtsbehörden, künftig Produktverbote aussprechen zu können. Zwar haben wir mit dem Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes in Deutschland bereits eine Interventionsmöglichkeit geschaffen. Mit der Mifid 2 oder an dieser Stelle mit der Mifid 4 werden wir nun aber ein europaweit geltendes System von Interventionsmöglichkeiten sehen. Was besonders wichtig ist, wenn man sieht, dass heute der europäische Kapitalmarkt natürlich auch entsprechend vernetzt ist. Wenn man so will, begleitet die Mifid 2 künftig jedes Wertpapierprodukt von der Wiege bis zur Ware. Ich möchte Ihnen nachfolgend die einzelnen Bestandteile dieses umfassenden Aufsichtskonzepts anhand der verschiedenen Prozessschritte darstellen. Gestatten Sie mir vorab jedoch noch eine Bemerkung. Als ich die Einladung zu dem heutigen Vortrag angenommen habe und zugegebenermaßen, das ist schon eine Weile her, bin ich davon ausgegangen, dass uns im November die sogenannten Level-2-Maßnahmen der EU-Kommission im Bereich der Anlegerschutzregulierung vorliegen werden. Mit Sicherheit bin ich damals davon ausgegangen. Sie wissen, zwischendurch hat man mal September angenommen. Mittlerweile sind wir ja beim Jahreswechsel. Die europäische Aufsichtsbehörde ESMA hat im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, bereits die Vorschläge für diese Level-2-Maßnahmen an die EU-Kommission zur weiteren Überarbeitung übermittelt. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ESMA damit die Vorschläge innerhalb der gesetzten Frist, das war der 3. Januar 2015, an die Europäische Kommission weitergeleitet hat. Nach unseren Informationen dürfte es nun zwar nicht mehr lange dauern, wir haben das heute Morgen noch aus Berufen im Mund gehört, bis die Kommission die sogenannten Delegierten Rechtsakte erlässt. Gleichwohl lassen sich konkrete Aussagen zu den neuen Regelungen und vor allem zu den mit diesen Regelungen verbundenen Konsequenzen erst dann treffen, wenn der konkrete Wortlaut der Regelungen vorliegt. Dabei können wir derzeit auch nicht sagen, ob die Kommission die Delegierten Rechtsakte in der Form einer umsetzungsbedürftigen Richtlinie oder in der Form einer unmittelbar geltenden Verordnung oder vielleicht sogar beides erlässt. Ich bitte Sie daher, mir nachzusehen, dass ich an vielen Stellen und leider meistens dann, wenn es interessant werden würde, auf die noch fehlende Ausführungsbestimmung verweisen muss. Zum Umsetzungsprozess der MIFID II in deutsches Recht ist Ihnen sicher auch bekannt, dass das Bundesfinanzministerium Mitte Oktober den Referentenentwurf des Finanzmarktnovellierungsgesetzes veröffentlicht hat. Die Konsultationsfrist ist letzte Woche abgelaufen. Ein Blick in den Gesetzesentwurf zeigt, dass sich unser seit über 20 Jahren nun zwar stetig weiterentwickeltes, aber in den Grundstrukturen sehr beständiges Wertpapierhandelsgesetz komplett ändern wird. Aber auch hier gilt, dass an vielen Stellen noch auf die Aussagen aus Brüssel gewartet werden muss, um die einzelnen Regelungen konkretisieren zu können. Die Level-II-Maßnahmen werden dabei ganz erhebliche Auswirkungen auf die WPT-Fair-OV, die mit der MIFID I eingeführte Verordnung zur Konkretisierung der Wohlverhaltensregeln des WPHG haben. Aber lassen Sie uns nun mit den einzelnen Prozessschritten und der damit verbundenen neuen Aufsichtskonzeption beginnen. Während die MIFID I sich stark auf den Vertriebsprozess eines Finanzinstrumentes konzentriert hat, wird die MIFID II künftig daneben auch den Produktherstellungsprozess stark in den Fokus nehmen. Diese neuen Regelungen laufen unter dem Stichwort Product Governance. Der neue Regelungskomplex beruht auf der Erkenntnis aus der Finanzmarktkrise, dass ein wirksamer Anlegerschutz auch erfordert, dass die vertriebenen Finanzinstrumente adäquat und an den Kundeninteressen orientiert sind. Der Hersteller eines Produktes soll während der gesamten Lebensdauer seines Produktes nicht aus der Pflicht gelassen werden, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen. Die MIFID II unterscheidet künftig zwischen Herstellern von Produkten und den Distributoren, sehen Sie es mir nach, das ist aus dem Englischen übernommen, letzteres vielleicht am besten mit Vertriebsstelle, Vertriebspartner zu übersetzen. Sowohl der Hersteller als auch der Distributor müssen nach der Umsetzung der MIFID II ein Produkt Genehmigungsprozess aufsetzen, den jedes Finanzinstrument und jede wesentliche Adaption eines solchen Instrumentes durchlaufen muss, bevor es an die Kunden vertrieben oder weiter vertrieben werden kann. Für den Fall, dass Herstellung und Vertrieb in einer Hand liegen, ist natürlich ein einziger interner gemeinsamer Prozess ausreichend. Mit diesem Produktgenehmigungsprozess soll sichergestellt werden, dass es zu keinen produktbezogenen Interessenkonflikten zu Lasten der Kunden kommen kann. Solche Konflikte können zum Beispiel daraus entstehen, dass die Risiken des Produkts zu Lasten der Kunden verteilt werden oder der Produkthersteller gar gegen den Kunden spekuliert. Ein wesentlicher Bestandteil des Prozesses ist auch die Bestimmung eines Zielmarktes für das jeweilige Finanzinstrument. Zu den Kriterien dieser Zielmarktdefinition gehören zum Beispiel die Vorabdefinition eines Produktadressatenkreises, wobei einschlägige Risiken für diesen Zielmarkt bewertet werden müssen und gewährleistet werden muss, dass die Vertriebsstrategie dem Zielmarkt entspricht. Wie diese Zielmarktdefinition vorzunehmen ist, lässt sich derzeit noch nicht wirklich beurteilen, weil hierzu noch die sogenannten Level-2-Maßnahmen fehlen. Erst dann wird es möglich sein, diese Zielmarktdefinition auch prozessual abzubilden. Gemäß den Vorschlägen der ESMA im Technical Advice vom Dezember letzten Jahres sind hier unter anderem die Bedürfnisse, Eigenschaften und Anlageziele der Kunden mit dem jeweiligen Produkt abzustemmen. Die Granularität des zu bestimmten Zielmärkts wird jedoch voraussichtlich als Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes davon abhängen, wie kompliziert oder riskant ein Produkt ist. Gegebenenfalls wird es hierbei für einfachere Produkte Erleichterungen geben. Weiterhin sind sogenannte Szenarioanalysen durchzuführen, mit denen getestet werden soll, wie sich das jeweilige Produkt unter verschiedenen Voraussetzungen oder vielleicht besser gesagt verschiedenen Marktsituationen entwickeln würde. Ferner müssen Hersteller und Vertrieb auch die Kostenstruktur des jeweiligen Produkts dahingehend untersuchen, ob sich die Kosten mit den Bedürfnissen des Zielmarktes vereinbaren lassen. Der Produktgenehmigungsprozess ist nicht nur zu Beginn des Lebenszykluses eines Produktes durchzuführen, sondern das Produkt muss vielmehr auch in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Hierbei müssen alle Faktoren berücksichtigt werden, die wesentlichen Einfluss auf das potenzielle Risiko für den bestimmten Zielmarkt haben können. Mit anderen Worten ausgedrückt bedeutet dies, dass die Produkte einer lebenslangen regelmäßigen Kontrolle unterzogen werden müssen. Dabei wird die Frage, wie oft ein solcher Überprüfungsprozess stattzufinden hat, unter anderem auch von der Komplexität des Produktes abhängen. Neben den regelmäßigen wird es auch anlassbezogene Produktprüfungen geben müssen, mit denen zum Beispiel auf Ereignisse mit Auswirkungen auf die Rendite das Risiko oder die Wertentwicklung reagiert wird. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Insolvenz von Emittenten, deren Wertpapiere an der Leihen dienen, die Wertentwicklung des Produktes erheblich beeinflusst. Die Feststellungen aus einer solchen Produktüberprüfung können Reaktionen erforderlich machen, die zum Beispiel die Veränderung der Produktgestaltung oder die Einschränkung des Vertriebs an bestimmte Kundengruppen umfassen oder sogar bis zur Beendigung des Vertriebsprozesses reichen können. Das jeweils betroffene Unternehmen muss hierbei nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Maßnahmen angemessen sind. Neben dem Produktgenehmigungsprozess wird künftig ein laufender Informationsaustausch zwischen Hersteller und Distributor zu etablieren sein. Der Hersteller wird mit dem Distributor bzw. der Vertriebsstelle Informationen zum Zielmarkt und der Vertriebsstrategie zur Verfügung stellen müssen, damit dieser das Produkt sachgerecht vertreiben kann. Das Vertriebsunternehmen muss dann unter Berücksichtigung der vom Hersteller übermittelten Informationen aus den eigenen ihm vorliegenden Informationen über seine Kunden eine Vertriebsstrategie entwickeln. In umgekehrter Richtung wird der Distributor den Hersteller über die Einhaltung des Vertriebs innerhalb des Zielmarkts informieren müssen, damit dieser die Informationen im Rahmen der laufenden Überprüfung berücksichtigen und bewerten kann. Mangels der noch nicht verabschiedenden Level-2-Maßnahmen, das werden Sie noch öfter hören, gibt es im Zusammenhang mit dem Thema Product Governance noch viele offene Fragen. Dazu gehören neben der Frage der Granularität der Zielmarktdefinition auch Fragen der Behandlung des beratungsfreien Geschäftes. Zentrale Frage ist, inwieweit Zielmärkte im beratungsfreien Geschäft eine Rolle spielen können, wenn man bedenkt, dass dieses Geschäft auf Initiative des Kunden erfolgt und er dort selbst entscheidet und daher eigentlich ein deutlich niedrigeres Schutzniveau angezeigt ist. Weiterhin offen ist die Frage, wie Vertriebsunternehmen die Produkte von Emittenten vertreiben, die selbst nicht unter dem F2 fallen. Wir denken zum Beispiel an alle Aktienemittenten oder an auch die ganzen dem KAGB unterstehenden Emittenten und daher keinen Produktgenehmigungsprozess aufsetzen müssen, die Zielmarktbestimmung durchführen werden. Auch hier sind die erwarteten Level-2-Maßnahmen maßgeblich. Nach den Vorstellungen der ESMA wird sich der Distributor in diesen Fällen bemühen müssen, zuverlässige und ausreichende Informationen vom Emittenten zu erhalten. Das dürfte bei Produkten von etablierten Produktherstellern kein Problem sein. Es dürfte jedoch bei Produkten, bei denen keine etablierten Beziehungen bestehen und bei denen die erforderlichen Informationen nicht öffentlich zugänglich sind, deutlich schwerer werden. Auch wenn noch viele Fragen offen sind, kann man jedoch ein erstes Zwischenfazit zu den neuen Regelungen zur Produktgovernance ziehen. Sie sind ein neuer Bestandteil des gesamten Wertpapierkonzeptions- und Vertriebsprozesses. Der aufsichtsrechtliche Fokus erweitert sich unter diesem Stichwort über die Aufsicht über den Vertriebsprozess hinaus zu einer Aufsicht über den Prozess zur Herstellung der Finanzinstrumente. Dabei stehen Kundennutzen und Kundenbedürfnis im Fokus dieser Prüfungen. Ferner wird deutlich, dass der Hersteller und der Distributor eine, wenn sie so wollen, lebenslange gemeinsame Verantwortung für das Finanzinstrument haben. Bereits heute gibt es in den meisten Häusern Prozesse, die die Produkte durchlaufen müssen, bevor sie in Produktion gehen oder bevor diese an die Anleger vertrieben werden können. Gleichwohl dürften die Definition eines Zielmarktes und die nun vorgesehene laufende Kommunikation zwischen Hersteller und Distributor neue Prozesse, die voraussichtlich auch technisch unterstützt und abgebildet werden müssen, erfordern. Lassen Sie uns einen Schritt weiter gehen. Nehmen wir an, dass wir ein anständig konzipiertes Finanzinstrument haben und nun gilt es zu beleuchten, unter welchen Bedingungen es vertrieben werden darf. Zum einen führt hier die MIFE 2 europaweit die unabhängige Anlagebereitung ein, die sich dadurch auszeichnet, dass der Berater keine Zuwendungen annehmen darf und zudem eine ausreichende Produktpalette analysiert haben und anbieten muss. Die angebotenen Instrumente müssen hinsichtlich der Art und der Emittenten hinreichend breit gestreut sein. Hinzu kommt, dass diese Finanzinstrumente nicht von Unternehmen emittiert werden dürfen, die zum Berater in einer so engen rechtlichen oder wirtschaftlichen Beziehung stehen, dass das Risiko der Beeinträchtigung der Unabhängigkeit besteht. Diese Form der Anlageberatung ist in Deutschland schon, wenn auch mit kleineren Abweichungen in der Form der Honoraranlageberatung bekannt. Da diese Form der Beratung in Deutschland nach wie vor keine große Rolle spielt, möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen. Unter welchen Bedingungen die nicht unabhängige, abhängige oder vielleicht besser Provisionsberatung künftig erbracht werden kann, wird maßgeblich auch von den von der Kommission noch zu veröffentlichen Level 2 Maßnahmen abhängen. Fest steht, dass bei diesem Beratungsansatz die erhaltenen Zuwendungen geeignet sein müssen, die Qualität der Dienstleistung des Beraters für den Kunden zu verbessern. Wie bisher dürfen auch künftig solche Zuwendungen nicht zu Interessenkonflikten führen und müssen gegenüber dem Kunden offengelegt werden. Viele Diskussionen gab es um das genannte Qualitätsverbesserungsmerkmal. Lange wurde hier um die Definition dieses Merkmals gerungen. Esma hat sich letztlich im Rahmen einer verschachtelnden Formulierung für eine Aufzählung von Kriterien, wann eine Qualitätsverbesserung nicht vorliegt, entschieden, wiederum einen Katalog zu inkludieren, der aussagt, wann eine Qualitätsverbesserung vorliegt. Wobei dieser Katalog zum Glück im Dezember letzten Jahres mit Such-As eingeleitet wurde. Auch die BaFin wartet nun mit Spannung auf die Formulierung der Kommission, denn danach wird sich insbesondere die Frage stellen, ob das bisherige Verständnis der BaFin, wonach das Aufrechterhalten einer Infrastruktur, die das Erbringen der Anlageberatung gerade auch in der Fläche ermöglicht, mit erfasst sein wird. Ein Schritt weiter zur Aufzeichnungspflicht oder besser Taping, heute schon mehrfach angesprochen. Unter dem Stichwort Aufzeichnungspflicht verpflichtet die MIFE 2 nun die Finanzdienstleister, die elektronische Kommunikation mit ihren Kunden aufzuzeichnen und diese den Kunden oder den nationalen Aufsichtsbehörden auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. Diese Aufzeichnungspflicht gilt für Telefongespräche und jede Art der elektronischen Kommunikation, die sich auf die Annahme, Übermittlung und Ausführung von Kundenaufträgen bezieht. Die Aufzeichnungspflicht gilt nicht nur dann, wenn die elektronische Kommunikation oder das persönliche Gespräch zum Abschluss eines Geschäftes oder zur Erbringung einer Wertpapierdienstleistung geführt hat, sondern, so ist der Text, vielmehr für alle Gespräche, mit denen derartige Geschäfte veranlasst werden sollen. Ein auslegungsbedürftiges Formulierung. Diese Aufzeichnungspflicht, auch als Taping bekannt, ist insbesondere aufgrund der in Deutschland schon seit vielen Jahren bekannten umfassenden schriftlichen Dokumentationen sehr umstritten. Trotz zahlreicher intensiver Bemühungen meiner Kolleginnen und Kollegen in der BaFin und aller Verbände und Marktakteure konnten wir die deutsche Position an dieser Stelle nicht durchsetzen. Insbesondere der weite und klare Anwendungsbereich der Regelung wird nicht leicht umzusetzen sein. Bei den Regelungen des Tapings ist im Gegensatz zu den anderen Themenfeldern auch bereits durch die Richtlinie selbst sehr viel final festgelegt worden. An dieser Aufzeichnungspflicht wird daher künftig kein Weg vorbeiführen und was ich gehört habe, bereiten sich die Institute auch bereits hierauf vor. Die derzeit fehlenden Level-2-Maßnahmen werden die organisatorischen Anforderungen an die betroffenen Unternehmen zur Umsetzung dieser Verpflichtung noch konkretisieren. Zur heute schon angesprochenen Geeignetheitserklärung. Ferner muss nun künftig für jede Anlageberatung gegenüber Privatkunden eine Geeignetheitserklärung erstellt werden. Die bisherige Pflicht zur Erstellung eines Beratungsprotokolls entfällt dagegen. Die Geeignetheitserklärung begründet in einigen Punkten andere Antworten als das bisherige Beratungsprotokoll. So wird künftig neben der Darstellung der erbrachten Beratung und der konkret ausgesprochenen Empfehlung auch die Begründung, weshalb die gegebenen Empfehlungen für den jeweiligen Kunden geeignet sind, in der Erklärung wiederzugeben sein. Wie bisher gilt, dass die Geeignetheitserklärung dem Kunden vor der Geschäftsausführung zur Verfügung gestellt werden muss. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn bei Einsatz von Fernkommunikationsmitteln eine Überermittlung erst nach Geschäftsabschluss möglich ist. Anders als bei der bisherigen Pflicht im Zusammenhang mit dem Beratungsprotokoll muss dem Kunden jedoch dann kein Rücktrittsrecht eingeräumt werden. Ebenso wird die bisherige Unterzeichnungspflicht auf Seiten des Beraters künftig nicht mehr bestehen. Ein weiteres wesentliches Anliegen der MIFI 2 ist eine verbesserte Kostentransparenz für den Kunden. Dem Kunden soll sowohl vor als auch nach dem Erwerbsprozess die Kosten des Produktes offengelegt werden. Dabei wird zwischen den Kosten, die mit dem Finanzprodukt in Verbindung stehen, und den Kosten, die durch die Wertpapierdienstleistung entstehen, unterschieden. In der sogenannten Post-Sale-Periode soll der Kunde weiterhin mindestens einmal jährlich über diese Kostenpositionen informiert werden, wenn die Wertpapierfirma eine laufende Geschäftsbeziehung zu dem Kunden in dem jeweiligen Jahr hatte. Die Kosten sollen dabei nach den Vorschlägen von ESMA teilweise aggregiert werden und sowohl in Prozent als auch in absoluten Beträgen ausgewiesen werden. Gerade diese Regelungen zur gesteigenden Kostentransparenz sind ein wichtiges Anliegen der MIFI 2 und diese Anforderungen ziehen sich durch viele Regelungen hindurch. Mit Blick auf das Thema heute Nachmittag auch noch einige wenige Worte zum Thema Best Execution. Die neuen Regelungen zur Best Execution treffen sowohl die Ausführungsplätze als auch die Wertpapierdienstleister, die Kundenaufträge ausführen. Diese Regelungen sind damit sozusagen auf der Schnittstelle zwischen den Marktinfrastrukturthemen und den Regelungen zum Anlegerschutz innerhalb der MIFI 2, MIFI 4. Die MIFI 2 verpflichtet alle Ausführungsplätze für alle Instrumente, die einer Handelspflicht unterliegen, die Öffentlichkeit über die Qualität der Ausführung von Aufträgen auf ihrem Handels- bzw. Ausführungsplatz zu informieren. Auf der anderen Seite sind die Wertpapierfirmen, die Kundenaufträge ausführen, verpflichtet einmal jährlich für jede Klasse von Finanzinstrumenten, die fünf Handelsplätze zu veröffentlichen, auf denen sie ausgehen vom Handelsvolumen, die meisten Kundenaufträge im Vorjahr ausgeführt haben. Zudem müssen sie Informationen über die erreichte Ausführungsqualität zusammenfassen und diese veröffentlichen. In dem im Dezember 2014 verabschiedeten Technical Advice schlägt die ESMA vor, die Artikel 44 bis 46 der bereits unter MIFI 1 erlassenden Ausführungsrichtlinie, die das Thema Best Execution Regeln beizubehalten und lediglich an verschiedenen Stellen zu ergänzen oder zu überarbeiten. Darüber hinaus hat ESMA zu den Pflichten der Ausführungsplätze im September 2015 Vorschläge für die Ausführungsstandards an die EU-Kommission übermittelt. Derzeit können wir noch nicht abschätzen, wann die EU-Kommission die finale Regulierung für die Pflichten erlassen wird. Nach den Vorschlägen werden alle regulierten Märkte, alle MTFs und die neuen OTFs und die systematischen Interlassierer verpflichtet, sowohl generelle Angaben zu den Finanzinstrumenten als auch spezifische Einzelangaben zu den Transaktionen vorzunehmen. Auch sind die börsentäglichen Veröffentlichungen von Durchschnittsangaben und die Offenlegung von entsprechenden Kosten vorgesehen. Mit dieser sehr umfangreichen Datenveröffentlichungspflicht auf Seiten der Ausführungsplätze soll die Basis geschaffen werden, dass die Wertpapierdienstleister die entsprechenden Angaben für ihre Kunden vornehmen können. Die Wertpapierdienstleister werden in der Execution Policy künftig detailliert erläutern müssen, wie die Auswahl der Ausführungsplätze erfolgte und welche Prozesse seitens der Wertpapierfirma vorgesehen sind, um die Ausführungsqualität zu analysieren und wie die Wertpapierfirma die Ergebnisse der Auftragsausführung überwacht, um die bestmögliche Ausführung für die Kunden zu ermöglichen. Die Execution Policy soll von den Unternehmen mindestens einmal jährlich überprüft werden, darüber hinaus auch in den Fällen, in denen eine materielle Veränderung erfolgt, die möglicherweise dazu führt, dass die bestehende Policy geändert werden muss. Lassen Sie mich in diesem kurzen Überblick über die wesentlichen Änderungen des Regulierungsrahmens für den Wertpapierprozess und der MIFID II hier enden und einige abschließende Bemerkungen machen. Mit der Umsetzung der MIFID II wird eine deutliche Verbesserung des Anlegerschutzes angestrebt und in vielen Bereichen sicher auch erreicht werden. Die Einführung eines strukturierten Produktprüfungsprozesses mit dem klaren Fokus auf die Kundeninteressen ist zu begrüßen, auch wenn wir sicher erst mit neuen Elementen wie zum Beispiel mit dem Umgang mit dem Zielmärkten Erfahrung sammeln müssen. Ebenso sind die Regelungen, mit denen eine höhere Kostentransparenz eingeführt wird und darüber hinaus diese Kostentransparenz auch laufend im Anschluss an den Erwerbsvorgang vorgesehen wird, sehr zu begrüßen. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel der umfassenden Aufzeichnungspflicht der Telekommunikation, haben wir Veränderungen, die sehr kostenintensiv sind und die voraussichtlich auch die Kunden nicht immer positiv empfinden, da die Aufzeichnung des gesprochenen Wortes dann doch eine andere Qualität hat als eine schriftliche Protokollierung eines Beratungsgesprächs. Sobald uns die Level-2-Regelungen vorliegen, werden wir uns als BaFin im Rahmen der ESMA-Arbeiten sehr intensiv im Rahmen des sogenannten Level-3 engagieren. Das haben Sie heute Morgen schon gehört. Hierzu gehört unter anderem die sicherlich erforderliche Beantwortung von zahlreichen Fragen, die sowohl bei uns als auch in Paris eingehen werden. Wir werden als BaFin zu Beginn des nächsten Jahres, bereits sehr früh im nächsten Jahr, eine beziehungsweise zwei entsprechende E-Mail-Adressen zur Verfügung stellen, an die Sie Ihre Fragen zu den Regelungen des Anlegerschutzes einerseits und den Fragen der Marktinfrastruktur andererseits übermitteln können. Also wir werden zwei E-Mails machen, in der Hoffnung, Sie können das zuordnen, sodass wir innerhalb der BaFin einen etwas einfacheren Prozess haben, vielleicht schon vorsontiert ist, ob das eher Anlegerschutz oder Marktinfrastruktur ist. Dabei würden wir es sehr begrüßen, wenn Sie Ihre Fragen vielleicht bereits mit einem Antwortvorschlag verbinden könnten. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viel Freude damit auslöse. Ich sage auch gleich dazu, das ist keine Verpflichtung. Und wir können Ihnen natürlich auch nicht versprechen, dass wir Ihrem Vorschlag Folge leisten werden. Wir haben jedoch festgestellt, dass es Fragen gibt, bei denen es nicht einmal einfach ersichtlich ist, in welche Richtung die Frage zielt. Wir hoffen, dass uns diese Vorgehensweise den Prozess etwas erleichtert und ab und zu auch zur Schärfung einer Fragestellung auf Ihrer Seite beiträgt. Soweit die Antwort erfordert, dass die Ausführungen auf Level 2 bekannt sind, wird damit eine Antwort erst nach deren Bekanntwerden möglich sein. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. In vielen Fällen werden die Antworten zudem eine Abstimmung auf ESMA-Ebene erfordern, sodass wir die entsprechenden Zeitläufe beachten müssen. Gleichwohl glaube ich, dass wir als BaFin durch einen früh geöffneten Frage-Antwort-Prozess einen guten Eindruck gewinnen können, welche Themen einer schnellen Klärung zugeführt werden müssen. Sobald uns die Level 2-Regelungen vorliegen, wollen wir als BaFin zu den bereits bewährten Informationsveranstaltungen anbieten, um auch auf diesem Weg mit Ihnen einen aktiven Kommunikationsprozess zu treten. Wir hatten letztes Jahr im Sommer noch ganz optimistisch gesagt, wir werden im November solche Veranstaltungen durchführen. Inzwischen sage ich dazu kein neues Datum mehr und warte jetzt einfach ab, bis der Level 2 vorliegt und wir setzen dann den Termin ein. So, zum Abschluss. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit den verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen, die wir in Kürze starten werden und mit den etablierten Kommunikationsprozessen, die wir mit den Verbänden haben, mit Ihnen gemeinsam einen guten Weg finden werden, die MIFE 2 erfolgreich in Deutschland umzusetzen. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass Sie mich einigermaßen der Zeit gehalten haben. Vielen Dank.